Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Retro-Let's-Play. Ja, Sonic Team präsentiert aus dem Jahr 1991, oh mein Gott, da war ich fünf Jahre alt, Sonic the Hedgehog, Green Hill Zone, Akt 1. Und nein, es ist nicht Sonic-Echse. Es ist das normale Sonic... ...The Hedgehog. Hui! Das ganz normale Sonic. Ohne Echse, ohne Creepypasta. Hui, ja, ja, mitgehabt! Da bricht alles ein. Schutze, Schild! Scheiße! Ah, mal gucken. Ah, es klappt nicht. Und hui! Jetzt aber mit Karacho! Hui! Faaaaaar-Manschuh! Über 100 Ring hätten wir noch ein Live dazu bekommen! Ach, geh mir ja weg! Hm. Düdeli-di-di! Green Hill Zone, Akt 2! Ach, geh mir mal gucken, was jetzt schaffen die... ... ... Hundert Ringe zusammen zu bekommen. Was ich nicht mal glaube. Nein! Das war jetzt der Moonwalk. Unter den, ähm... Spinner's. Da wirst du wohl weitergehen. Na komm schon. Checkpoint. Oh, was gab's denn hier? Feines. Ah, Ringe! Wäre auch ein bisschen blöd, wenn ich so noch 25... Nein, Sonic! Zurück! Da war ein Ringe, da hätte man Chaos Emerald kriegen können. Und Greenhill, so ein Akt Nummer 3. Da oben ist auch was am... Unverwundbar! Ja, ein paar Ringe sollten wir aber schon einsammeln. Und... Ja, komm schon! W... T... F... Immerhin haben wir noch ein Schutzschild! Ganz gefährlich hier! Ja, dieser Way of Life! Okay, seriously, das... Das brauche ich nun wirklich gar nicht! Oh, halt! Ringe! Okay, das... Ich traue hier nicht zu... Oh, ich glaube... Entfalt! Schrottnick! Oh, das... War fies! Mit seiner überdimensionierten Disco-Kugel! Hält aber ganz schön was aus! Na also! Tja! Schrottnick! Na, jetzt geht er stiften! Und die Tierchen wurden gerettet! Naja, zumindest ein paar! Und damit haben wir... Akt 3 auch durch! Zumindest hiervon!